Heute ist es mal wieder endlich soweit, heute frisch aus dem Werber Die Fresse sie grenzt Leute, ich hab mir gedacht, wir drehen heute mal wieder ein anderes Wort für Heute nicht mit einem Rivalen, sondern gleich mit zwei, weil Doppelt hält nicht besser Zu meiner rechten Seite von euch links ist es kein geringerer als einfach Peter Aka ich probiere 12-0 Peter, die Niederlage sitzt immer noch tief, oder? Ähm, Leute, schaut vorbei Perfekt, zu meiner linken Seite von euch rechts Das sollte ich vielleicht jetzt rausschneiden mit der Frisur Es ist kein geringerer als Spendi Spendi, Peter, Familienfoto, 3, 2, 1 Jungs, so muss das sein, ähm, wer von euch hat die Zeit, du oder du? Ich natürlich Okay, einer von euch hat die Zeit, also einer fängt an, der andere stoppt Okay, die Zeit läuft ab jetzt Ein anderes wird fügelnd, folgendermaßen Der Kevin hat hinter der Kamera 15 Begriffe aufgeschrieben Und wir müssen jeweils das Synonym dafür finden Stopp Boah, Junge, Junge Ich würde auch sagen, wir lang gar nicht lang fackeln lang rum Sondern wir fangen direkt an Ich suche ein anderes Wort für Ausdruck Wortbeleidigung Ausdruck meintest du? Oh mein Gott, ich war ja mal komplett aufgeregt Rolex Vollgold Trittwagen ist da Ein anderes Wort für Rechner PC Genau Bruder, ich dachte an Rechner Taschenrechner Ich schwöre auf Ein anderes Wort für Auto Äh, Fagen, Wagen, Mobil, Wagen Ja, ja Weil, bitch, ich fahre ein Jetzt habe ich ein bestimmtes Wort im Kopf Okay Ein anderes Wort für Geldschein Fluss Nein, bruv, auf keinen Fall Geldschein Ist Moneten Nein, 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 ich weiß auch Äh Für Geldschein Paypop Bargeld Banknote Ein anderes Wort für Heißluftballon Zeppelin Yo, schwarzer Dresscoat Spaceship Facelift Zeppelin Flo Du weißt schon, was ein Zeppelin ist Ja, natürlich Was? Was ähnliches überhaupt Heißluftballon Was ähnliches Ja, ey Luftfahrzeug Luftschiff Luftschiff Da geht der Punkt aber schon definitiv Jawoll, Alter Ein anderes Wort für Beschäftigung Arbeit Hobby Na Ey, voll Kram Freit gebaut, braun gebrannt, 18 Kilo Muskelmasse ist da Bitte, machen wir weiter Hype weiter Ein anderes Wort für Lied Song Musik Titel Titel Aber Interpret wäre ja auch eigentlich Interpret und Lied Interpret ist der Künstler Ja, schon Ich bin heute mal wieder richtig gut gelaufen, Alter Ein anderes Wort für Videospiel spielen Kassette Zocken Hey, wieso fällt mir nichts ein? Ich gehe nach Hause Also spielst Mein Kopf ist gerade Weißt du wie? Weißt du wie? So, dein Greenscreen Äh Das ist jetzt etwas wieder schwerer Ja, da kann ich Lenkohse geben Ein anderes Wort für Backenknochen Was ist das? Kiefer Wange Schlägerknochen Jochbein Ich habe doch Jochbein schon gesagt Echt? Ja, natürlich Wenn ich jetzt keinen Puck mache Bin ich ein Loki Ein anderes Wort für Abstand Kпар Wenn ich jetzt keinen Puck mache Da bin ich ja in Ruhe. Schneide der Eros. Das solltet ihr eigentlich wissen, hat jeder Haushalt ein anderes Wort. Staubsauger. Eisfach. Gefriertruhe. Was ist das? Gefriertruhe. Ich hab Gefrierfachen bekommen. Ja, ist das gleiche, Truhe. Ja, jetzt spende ich. Baustelle erreicht, von Süden bis Norden. Lass mal ganz kurz nur hören, wie viele Punkte Peter hat. Lass mal kurz hören, wie viele Punkte ich hab. Warte, lass mal bei mir. Meine halbe Leben im Baustörfer. Das ist wieder etwas schwerer. Das solltet ihr aber wissen. Okay. Ein anderes Wort für Synonym. Wort. Name. Wörter. Wort. Gleiches Wort. Gleich die Bedeutung. Gleiches Wort. Darf ich den Punkt? Ja, komm, komm. Ich hab doch mit ne... Sumi summarum. Ist das Ergebnis folgendes. Peter, null Punkte. Spendi, irgendwelche Punkte. Ich hab aber mehr Punkte. Das heißt, ich hab auf meinem eigenen Kanal mal wieder gewonnen. Ich hab die Krone auf. Jungs, kein Danke für eure Teilnahme. Ihr dürft jetzt aus dem Video rausgehen. Komm, raus mit dir. Raus mit dir. Äh, kein Danke an Kevin. Boah. Leute, das war's mit dem Video auf uns. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Wenn es wieder heißt. Superman at all. Now what me. Wuhuuu. Now what me. Wuhuuu. Now what me. Now what me.